heute mal gleich zwei fragen und zwar zum thema klimawandel erste frage gibt es ihn überhaupt diesen klimawandel wird ja immer noch von vielen menschen bezweifelt und die zweite frage wenn es ihn gibt ist der mensch daran schuld kurzfassung zweimal ja und zwar ein deutliches ja nun mal etwas ausführlicher schauen wir uns zunächst die temperaturentwicklung an hier einmal der letzten 1000 jahre zunächst geht die temperatur leicht nach unten wir hatten im 16 bis 18 jahrhundert auf der erde die sogenannte kleine eiszeit die gletscher sind gewachsen und es wurde etwas kühler aber dann in den letzten 150 jahren stieg die temperatur rasant an den stärksten temperaturanstieg hatten wir in den letzten 50 jahren dort stieg die weltweite temperatur um etwa 0,6 grad also es wird wärmer und deshalb verwundert es auch nicht dass weltweit die gletscher schmelzen und dass zum beispiel auch das meereis in der arktis am nordpol immer kleiner wird diese meereis ausdehnung die wird seit etwa 40 jahren mit hilfe von wetter satelliten gemessen und hier sehen wir das ergebnis anfangs war noch die gesamte arktis von eis bedeckt in den letzten jahren allerdings wird diese fläche immer kleiner zur verdeutlichung diese blaue linie hier die zeigt die meereis ausdehnung im jahre 1978 die rote linie das ist die von 2010 der unterschied ist gewaltig deshalb ein klares jahr zur ersten frage ja es gibt einen weltweiten klimawandel frage zwei ist dieser klimawandel mensch gemacht schauen wir uns dazu einmal die letzten 50 60 jahre an also die zeit in der die temperatur besonders kräftig angestiegen ist es gibt viele menschen die sagen es war vielleicht eine veränderte sonneneinstrahlung deshalb als nächste kurve hier sehen wir diesen temperaturanstieg seit 1950 packen wir mal die sonne dazu die sonnenintensität wissenschaftler haben umgerechnet was der sonnenzyklus bewirkt bei der erwärmung der erde hier sehen wir die kurve des sonnenzyklus alle elf jahre haben wir einen sonnenflecken maximum das sind die berge dieser kurve und dann wird es etwas wärmer der unterschied zwischen einem sonnenflecken minimum und einem maximum beträgt aber nur 0,1 grad und es gibt keinerlei tendenz keinen trend hin zu einer veränderung dieser sonnenschein intensität die sonne kann es nicht gewesen sein komplett anders sieht die sache aber aus wenn wir uns die kohlendioxid konzentration in der atmosphäre anschauen das ist diese blaue linie die kohlendioxid konzentration ist in den letzten jahrzehnten rasant angestiegen wenn diese beiden kurven übereinander liegen kohlendioxid und temperatur erkennt man sofort den starken zusammenhang und warum steigt das co2 in der atmosphäre warum nimmt es zu weil wir menschen kohle erdöl und erdgas verbrennen und damit haben wir auch die antwort auf frage 2 ja wir menschen sind schuld am klimawandel um einmal zu verdeutlichen wie stark wir das klima auf der erde verändern mit all unseren abgasen habe ich hier mal eine grafik der kohlendioxid konzentration der letzten 800.000 jahre diese daten konnte man gewinnen aus eisbohrkern vor allem in der antarktis und aus grönland denn da sind der kleinste luftblasen eingeschlossen von vor 400.000 500.000 oder eben 800.000 jahren diese kleinen luftblasen werden analysiert und heraus kommt diese kurve diese kohlendioxid konzentration hat ständig geschwankt aber immer so um einen wert herum um 250 kohlendioxid anteile und was passiert hier in den letzten 100 jahren da oben da sind wir einen solch starken anstieg gab es zumindest in den letzten 800.000 jahren noch nie umso wichtiger ist es dass etwas gegen den klimawandel gegen diese globale erwärmung getan wird und jetzt die aufgabe an euch recherchiert doch mal was gegen einen weiteren klimawandel gegen einen weiteren temperaturanstieg unternommen werden sollte und was wirklich unternommen wird